Ja, willkommen zu Stranded 2 Part 7 normalerweise. Ähm, ja, das stoppt hier einfach mitten in der Aufnahme. Ich kann hier nicht auf meine Zeit zuschauen, das weiß ich nicht genau, wann sie endet. Das kann ich nicht genau sehen, also ich bitte um Verzeihung. Ja, echt? Klasse. Ich habe auch keinen Platz mehr für dich und deine dummen Sprüchen da. So, viel Zeug. Hm, wo lege ich das ganze Zeug ab? Einfach mal ins Lagerfeuer alles reinschmeißen, wisst ihr? Ähm, die sechs Flaschen und die zehn. Dann müsste ich eigentlich leeres Inventar haben. Affe, dieser Affe, dieser Affe bringt uns Leder. Und damit können wir ein Zelt bauen. Oh geil, 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 geil. Komisch, dass da einfach so ein Baumstamm herumliegt. Ist das nicht komisch? Ach, egal, die Welt selber ist komisch. Äh, wo bekommen wir jetzt kleine Baumstämme her? Wir gehen Baumstämme suchen. Wenn die hier so rumliegen, dann muss man auch extra keinen Baum abpacken. Lala, wo finden wir vielleicht einen? Äh, ja. Hm, normalerweise könnten wir auch schon Bambus, äh, Weizen einpflanzen. Ob man Bambus pflanzen kann, habe ich keine Ahnung. Normalerweise wäre das möglich. Bambus, äh, füllt schnell das Inventar anscheinend. Stirb, stirb, Bambus. Kann ich das, ähm, irgendwie verarbeiten? Nee, kann ich leider nicht. Dieser, äh, Baumstamm hier, der geht richtig schnell kaputt. Und bringt auch richtig schnell so einen Holzstamm. Lalalalalal. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Dieses Lied, äh, kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht kennst du den einen oder anderen. Dieses, ähm, Wartelied. Eben, wo man, äh, ja, wartet. Wenn man wartet, singt man das eben richtig oft. Hey, kein Platz mehr. Überhaupt kein Platz mehr. Bisschen Platz. Ey. So. Und. Hier. Ich müsste mir mal ein besseres, eine bessere Hütte bauen. Aber wieso ist es immer noch so schwindelig? Viel Wolle kriegt man dabei nicht, aber egal. Stirb, schaf, stirb, schaf, stirb, schaf, stirb, schaf, stirb, schaf. Bringt uns sogar Leder. Das da, das da. Geil. Und was kann man damit machen? Schnur, 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 schnur. Was bringen einem die Schnüre? Kann man damit vielleicht irgendwie mit Holz oder so eine Angeln machen? Egal. Ähm. Oh, cool. Das nehme ich schon mal. Und pflanze es. Mit E pflanzt man das Ganze. E. So. Was haben wir jetzt noch? Was könnten wir machen? Essen. Genauso gut auch Orangensaft trinken. Ja. Jetzt tun wir das ganze Essen, was wir noch roh haben, braten. Wiu, 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 wiu. Das haben wir gebraten. Genauso das hier. Jetzt haben wir gebratenes Fleisch. Jetzt ist die Frage, was könnten wir noch machen? Okay, wir müssen das jetzt mal beenden. Okay, das brauchen wir noch dazu. Äh, mal gucken. Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Baumstamm. Aber wenn, dann kann ich die nicht mitnehmen. Das muss weg. Das. 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 Jetzt müssten wir genügend Platz haben, um Kiwi zu töten. Ja. Hm. Wo kriegen wir jetzt so ein Ast her? Ich schau erstmal, wie groß die Insel ist. Ob man sich da eigentlich verirren kann, oder? Ja, kann man schon. Hi. Sogar drei Insekten. Geil. Ein Baumstamm. Schon wieder. Geht schnell. Kann ich den mitnehmen? Ja. Nein, du gehst da nicht lang. So und so. Da ging's nach Hause. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze meine Stimme aufnimmt. Also es tut mir leid, wenn irgendwie ein paar hundert bis tausend keine Stimme ist. Äh, ja. Tut mir eben leid. Ich wollte es ja nicht. Nicht, dass das ganze Zeug hier vergammelt. Und, äh, jetzt kann man das braten. So, kann man Insekten braten? Nee, aber essen. Ja. Wie lecker. Jam, jam. Schöne Insekten. Ah, heutzutage mein Lieblingsgericht. Frische Insekten vom Bäcker. Schon mal so Insekten gegessen vom Bäcker? Ganz schön. Also ich, der macht die Prints gerade. Passiere mal. Ja, ähm. Ich kann nichts dagegen tun, dass es eben, jetzt gerade vom Spiel aus so, nicht wegen den Aufnahmeprogramm, tut mir mal wieder leid. Ähm. 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 Okay. Wie komme ich hier raus? Ah, klar. Habe ich voll gewusst? Äh, alles geplant. Eben das ganze Zeug heraus, um Platz zu schaffen. So eine dicke Keule hier wegschmeißen. Braucht man ja nicht in der Wildnis so. Heutzutage nicht. Die, äh, kriegen alle hier über WLAN-Empfang, äh, Essen. Ja, äh, sagt mal, äh, kriegt ihr heutzutage so, äh, über WLAN-Empfang, Essen irgendwie nach Hause teleportiert? Also bei uns ist das, äh, jeden Tag so. Richtig cool. Service. Hm? Genauso wie dieser Gedanke. Hier, ähm. Ich gehe so in die Schule. Ja, äh. Das ist voll loof. Wieso, wieso kann man nicht einfach, muss B-Stick an sein Gehirn schließen und dann die ganzen Sachen da einspeichern? Also so denke ich mir das immer. La 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 La, la, la.